Das hier ist die American Express Platinum Karte. Sie kostet ca. 600 Euro im Jahr, aber ich gebe euch ein paar Gründe, warum das eine der beliebtesten Kreditkarten da draußen ist. Erstens, du bekommst exklusiven Zugang zu einigen Flughafen-Launches. Dort kannst du chillen, du bekommst kostenloses Essen, Trinken und bei manchen kannst du sogar während den Zwischenstops duschen gehen. Außerdem bekommst du sehr oft früheren Zugang zu Tickets für die beliebtesten Konzerte und musst dich nicht danach mit überteuerten Preisen rumschlagen oder warten, bis du überhaupt ein Ticket bekommst. Außerdem bekommst du mit dir eine Menge Versicherungen, Reiseguthaben und wenn du genug Punkte sammelst, kannst du sogar in der ersten Klasse fliegen. Also wenn du genug Ausgaben hierüber laufen lässt, dann lohnt sich definitiv die 600 Euro. Für mehr Finanztipps, vor allem Teaching Finance.